Die Top 5 Flanel Bettwäsche, unsere Empfehlungen Ich habe das Bierbaum Bettwäsche Set gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Qualität des Feinbiber Materials ist sehr hochwertig und hält mich in kalten Nächten warm. Die Größe von 135 x 200 cm passt perfekt auf mein Bett. Außerdem gefällt mir die Farbe Mokka 04 sehr gut, sie passt gut zu meiner Einrichtung. Das Beste daran ist, dass es in Deutschland hergestellt wurde, was für mich sehr wichtig ist. Ich kann dieses Bettwäsche Set jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer hochwertigen und stilvollen Bettwäsche ist. Ich bin sehr zufrieden mit dem Amazon Basics Bettwäsche Set aus Mikrofaser in marineblau. Das schlichte Karo-Design gibt meinem Schlafzimmer eine moderne Note. Die Bettwäsche ist leicht und angenehm auf der Haut. Auch nach mehrmaligem Waschen behält sie ihre Farbintensität und Form. Die Größe von 135 x 200 cm passt perfekt auf mein Bett. Das Set enthält einen Bettbezug und einen Kissenbezug und ist sehr preiswert. Ich kann das Amazon Basics Bettwäsche Set jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen und preiswerten Bettwäsche ist. Ich habe das Amazon Basics Kinderbettwäsche Set gekauft und bin absolut begeistert. Die Mikrofaser ist super weich und angenehm auf der Haut meiner Kinder. Das Tiere Motiv ist sehr süß und perfekt für das Kinderzimmer. Die Größe von 100 x 135 cm 40 x 60 cm passt perfekt für das Kinderbett und die Kissen. Außerdem lässt sich die Bettwäsche problemlos waschen und trocknen. Ich empfehle das Produkt sehr. Ich habe kürzlich das Bierbaum Bettwäsche 6452 in Türkis gekauft und ich bin wirklich beeindruckt von der Qualität. Der Feinbiberstoff fühlt sich weich und gemütlich an und es ist offensichtlich, dass es gut gemacht und haltbar ist. Der Bettbezug passt perfekt auf meine Bettdecke und die Kissenbezüge auf meine Kissen. Zusätzlich ist es Made in Germany, was für eine hohe Qualität spricht. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe das Amazon Basics Bettwäsche Set in der Größe 135 x 200 cm in der Farbe Beige gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das Material ist feinbiber, also kuschelig weich und angenehm auf der Haut. Die Farbe ist genau wie auf dem Bild und die Verarbeitung ist einwandfrei. Ich habe das Set bereits mehrmals gewaschen und es ist immer noch genauso schön wie am Anfang. Für den Preis ist das Bettwäsche Set definitiv empfehlenswert. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.